Hallo liebe Panzerfreunde und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Wir sind gegen 20 Uhr wieder live auf Twitch mit World of Tanks. Unseren Kanalnamen schreibe ich euch nochmal in die Kommentare. Ich sage euch nochmal Team Jokert nur mit Unterstrich zwischen dem Team und dem Jokert. Wir freuen uns natürlich auf so viele Zuschauer wie möglich und wir wollen euch dann dort natürlich auch mal zeigen, wie man richtig Watt spielt. Nein, wir möchten, dass ihr Freunde habt, dass ihr kommt und auch zuguckt und damit euch eure Zeit vertreibt und wir uns mit euch schön unterhalten können über den Chat. Also bis dahin oder da, haut rein. Ciao, ciao.